Wir sind hier alle zusammen. Wir erleben ein Abenteuer. Zu sehen, was das Leben sonst noch zu bieten hat. Macht einem das Angst? Natürlich. Aber ist es das nicht wert? Das überleben wir nicht, oder? Onkel Dan! Mission! Wo sind wir hier? Wir haben uns komplett verflogen. Wo ist eure Mutter? Das ist nicht eure Mutter. Wir sind auf dem Weg nach Jamaika. Keine Sorgen, Jump hilft euch. Hört zu, Junk. Wie? Hast du mich gerade genannt? Tut mir leid, hört hier noch jemand anderes den Namen Junk? Nein, Jump und nicht Junk. Gut, also hört zu, Junk. Wie hast du mich gerade genannt? Tut mir leid, hört hier noch jemand anderes den Namen Junk? Was? Hier geht es nicht um irgendeine Reise. Es geht um Abenteuer. Was war das gerade eben? Keine Ahnung, aber du kriegst Ärger. Was ist das? Ente all orange. Was ist ente all orange? Das bist du mit Orange obendrauf. Da ist eine ganze Welt, die uns entgangen ist. Und... Hua! Wenn es gefährlich wird, dann läuft man nicht einfach davon. Nachladen! Damit beenden wir dieses verrückte, wunderbare Abenteuer. Sie sind so bezaubernd. Vielleicht esse ich euch aus. Ich scherze nur. Oder doch nicht. Hä? Oder doch nicht. No, stop, stop! Ente all of us!